Was war das denn? Was hat mich in meinen älteren Jahren geworden? Ich habe einen Ruf über meine Hände mit einem gemeinsamen Kuhl. Ich war eine Nobles' Daughter geboren. Mein Bruder und ich, wir haben das Manor seit Jahren geschafft. Meine Sympathien. So lange. Die lustige Witwe. Das ist nicht das. Dukene von Ochsenfort 26. Hm. Okay. Was war das denn? Hm. 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 You're a Witcher, right? No ordinary man would be so eager. Don't fret. It's all the same to me, provided you're honest. The house is east of here. Take this key. Once you've driven off the beasts, look for a chest. My treasure, savings really. They're yours. Hm. What will they leave you with? A roof over my head is all I need. And if it comes to it, I have other heirlooms to sell. Hm. But I know you witchers don't work for free. I could never let you go without honest pay. Gods keep you. Okay. Der Fall des Hauses Rücker. Hm. Na gut. Machen wir das mal. Mal schauen, was mit dem Bruder ist. Hm. Ah, was ist hier? So. Ein Becher. Warum nicht? Okay, das Anwesen ist aber weit entfernt. Hm. Hm. Whatever Filth lives here, sicherlich ist ein unusuales Platz für seine Läher. Lustige Witwe. Ups. Lustige Witwe. Was war das denn für ein Auftrag? Rechtsauftrag. Du für 10. Ja, das war ja toll. Ich will mit dem Totengräber reden. Danach. Na toll. Liegt das einfach mal so auf dem Weg? Willst du mich verarschen? Okay. Das Haus ignorieren. Ignorieren, ignorieren, ignorieren. Du bist uninteressant. So. Perfekt ignoriert. Schön. Da könnte ich jetzt vielleicht mal ein Diploma ablegen. Wäre schön. Mal schauen, ob es das gibt. Ein Kurs im Ignorieren und ein Weltmeister werden. Hm. Ich habe jetzt einen Weltrekord, die mich ignorieren. Hm. Was haben wir denn hier? Wo ist denn hier? Da. So. Und es regnet. Hm. Komm, ich sage, geh halt das nicht. Hm. Was ist da unten? Was haben wir denn hier? Hm. Das ist ein interessanter Moment. Hier ist nichts. Okay. So, verdächtig aus. Aber hier ist nichts. Okay. So, aber ein schöner Ort. Hoch. Hm. Okay. Ach, toll, toll. Jetzt muss ich hier den ganzen Wind. Nee. Nee. Kannst du nicht einfach da hochgehen? Hochklettern. Dankeschön. Okay, Gerald kann es. Nein, nein, aber ups. Falscher Weg. Hm. Okay. Nicht mehr weit. Bald sind wir da. Moment. Ach, Mist. Hätte früher nachschauen sollen. Hätte, hätte, hätte. Hätte, hätte. Hase. Und er lebt. Schon. Das ist einmalig. Okay, welche Stufe bist du? Zwölf. Befachter Schatz. Hm. Hm, hm, hm. So, nimm das. Ah, das ist das. Ah, dieser Gestank. Das ist Beorngestank. So. Dä, 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 dä. Hm. Ja, ist ja toll. So, nimm das. Und das. Und das. Und jetzt ausweichen. Hm. So. Ja, komm, du kannst draufgehen jetzt. Tschüss. Das war der Bär. Schön. Und was haben wir hier? Das ist doch nicht alles, oder? Das ist doch nicht alles, oder? Das ist doch nicht alles. Moment. 25 Aufschlitzen. 30 Aufschlitzen. Okay, nee. Ah, was für ein Bullshit. Und darf er gegen den Bär an? Ist ja, wenn ich sonst was. Hm. Okay, warte. Was hat hier für Dächtig an? Das gefällt mir nicht. Hm. Und wir haben da noch was. Gehen wir zuerst da hin. Hm. Hm. Speichern. Okay, das. Hm. Die Geräusche gefallen mir hier nicht. Wir gehen wahrscheinlich am, äh, am Wetter. Hm. Und der Lager, oder was? Oh. Hm. Was? Drachentötergrotte? What? What? Was ist hier? Ähm. Ich habe das Gefühl, das ist für später. Wo es nicht ist, ist das Monsternest. Hä? Äh, ich gehe zuerst in das Dorf. Zuerst in das Dorf. Ich habe das Gefühl, das könnte eine Quest sein. Was? 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 Was bist du denn, Drache? Ne. Dafür bist du viel zu klein. Dann will wir auch noch okay. Hattest du mir schon gedacht. So, geh runter. Da. Hm. Hm. Tööööööööö. So, brenn schön. Hm. Ah, du bist tot, okay. Gut. Nice, Drachen schuppen. Cool. Hm. Schön, schön. Ah. Huch. Hm. Hab ja ein Nest. Hm. So. So, tschüss. Hm. Hm. So. Haben wir hier ein Nest zu zerstören. Wie ist es das? Nichts? Versiegete Flasche, Rabenfeder. Nicht. Okay, wofür ist denn das? Und da unten ist noch was. Hm. Hübsah. Ja, was ist denn da unten? Hui. Hui. Der Gerald. Nice. Hm. Cool. Was haben wir denn hier? Das sieht aber... Ähm. Dunken noch. Ach, das hier ist ein See. Ach so. Oh shit. Hm. Hm. Kannst schon viele. Ja, kurz auffühlen. Na komm, du bist tot. Du bist tot. Hm. So. Na komm mal zum Maul. Hm. 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 Ja, die Musik ist auch interessant. Hm. Okay. Nimm mal was dagegen. Gut. Was haben wir denn hier? Abgeschlossen. Hm. Hallo. Hier haben wir zu Hause. Nicht? Okay. Dann kommt er später. Na gut. Ähm. Das ist ja, was? Sind wir Stufe 9? Oh. Wir sind Stufe 9. Ohne, dass das Spiel was sagt. Ein Punkt. Ne. Mal, was war hier noch? Rüstungsschmelze. Hm. Warum nicht? So. Und, bitte sliden. Dankeschön. Was haben wir denn hier? Hm. Okay. Ah, so ist das. Try me. Hier. Hui. Na, hat's geschmeckt. Hehehe. Ja, was auch immer. So. Hm. So. Okay. Huxi. Hm. So, tschüss. Ich habe Schildhain hier. Hm. Das hätten wir. Wieder ein bisschen Waffen. Schön. Und was genau? Wir warten hier. Hier ist was. Schweinehaut. Leine. Sonst noch was hier. Hm. Was genau haben die bewacht? Was haben wir hier? Ah, hier ist es. Maribor-Schwert und Absurd-Raphatz des Weißen. Gehinteressant. Hm. Hm. Das war hier wohl ein Banditenlager. Tja. Speichern. Hm. Und hier ist noch was. Ah, hier ist es. Okay. Wir sind da. Niederwir. Was? Niederwir. Okay. Was haben wir denn hier? Synthrische Wandteppiche. Tausche drei aufwendige synthrische Wandteppiche gegen Lebensmittel. Vorzugsweise Fleisch, doch auch Gemüse. Kommt in Frage. Die Teppiche sind neu und ungebraucht. Wunderbarer Stoff mit Leinen, Kettfäden, herrliche Wandverzierung. War als Aussteuer für meine Tochter gedacht, aber die Schwarzen haben sie erwischt. Also gibt es keine Hochzeit. Ach. Oh Mann, der Arme. Geraldine. Ach, die verdammten Schwarzen. Irgendwann wird alles zurückkommen. Karren zu verkaufen. Heukarren zu verkaufen vom Besitzer. Guter Zustand, kaum gebraucht. Scheunenwagen. Mätti fragen. Okay. Kostenloser Hund. Ich gebe mein Fido an den, der sich um ihn kümmern kann und verspricht ihm nicht zu essen. Lieber, braver Hund, gehör dem, der ihn füttert. Hm. Aber ich habe kein Futter mehr. Idealer Wachhund für Hof und Garten. Idealer Hüttehund. Oder Hütehund. Hm. Ein Huthund. Ist auch interessant. Auf der Weide schläft gerne in der Scheune. Wer ihn nehmen kann, soll zu Baxter kommen. Allerlei Flechtwerk. Flechtwerk aus Weide und Birke. Körbe, Matten und mehr. Wir flechten aus weißer und gefärbter Weide mit und ohne Rinde. Auf Anfrage stellen wir auch Möbel, Besen und weitere Haushaltsgegenstände her. Natürlich keine Kochtöpfe. Preisverhandlungssache, Feldfrüchte besonders willkommen. Metri und Töchter. Töpfe und Keramik aus eigener Herstellung. Bietet Töpfe, Becher und Wasenfeier geformt und gebrannt. Von reinem Lehmers, Kleinweg, ganz nach eurem Geschmack. Dekoriert oder schlicht, aber alles. So hübsch wie ein Milchmädchen und doppelt so robust. Anzähl, okay. Auftrag Monster aus dem Sumpf, hm. Wer das lesenskundig ist, der lese dies hier gründlich Buch. Auf dass es im ganzen Dorf und weit und breit bekannt werde, aha. Im Sumpf, wo wir Torf stechen, haust eine Bestie, die Menschen frisst und einen tödlichen Nebel absondert. Wer ein Schwierzer Führer weiß und sich etwas verdienen möchte, soll wissen, dass er für den Kopf der Beste gut bezahle, alle anderen sollen sich von dem verfluchten Sumpf fernhalten. Wenn ihnen ihr Leben lieb ist, sagt nicht, ich hätte auch nicht gewarnt. Okay. Na schön, hier ist noch ein Händler. Kaufmann. Ach, der ist am Penner, wird es mich verarschen. Wach auf. Ach, dann penne ich halt auch. So. Hallo, ein Kunde ist da. Kaufmann, wo bist du hin? Jetzt mich verarschen. Kaufmann. Hast du Gewinnkarten? Nein. Körbe dafür Wasser. Dankeschön und Brot. Äh, warum nicht? Was ist das? Verwesendes Fleisch. Okay. Nicht hinterfragen. Nicht hinterfragen. Ein Lebensmittel händel dir auch verwesendes Fleisch verkauft. Drachentöterhöhle. Hm. Wanns auf, was auch dort? Ständige Sorge für die Anwohner. Okay. Ist da vielleicht dieses Monster? Und hier war noch was. Hm. Drachennest. Hm. Okay, schauen wir uns das mal an. Nach dieser Anwesen-Quest. Und nach diesem Faktzeichen da oben. Hm. Nur mal anschauen, ob wir es schon tun können. Was ist denn hier? Was haben wir denn hier? Wo kommen wir denn da hin? Äh, nicht rutschen bitte. Lass uns lieber. Ähm. Oh, der macht doch so. Cool. Nein, nicht rutschen. Nein, nicht rutschen. Nein, nicht rutschen. Huh, 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 huh. Ach, geschafft. Oh, was ist denn hier? Ja. Mhm. Schön. Oh, der macht. Nice. So, dann wollen wir speichern. Und dann können wir runterrutschen. Runterrutschen, Geralt. Genau so. Okay, hat's. Mehr oder weniger geklappt. Ja, ein Wolf ist hier. Ein einsamer Wolf. Hm. Ganz einsam. Und jetzt noch mehr. Ach, Mann. Da tut er mir jetzt leid. Entweder von... von der Erde verstoßen. So, oder? Die alle wurden getötet. Und das ist der einzig Überlebende. Die alle. Bis zum nächsten Mal.